Ein neuer Renault Clio steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem weißen Fünftürer Platz. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, ESP, Bordcomputer, Traktionskontrolle, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Das Fünfgangsschaltgetriebe überträgt eine Leistung von 73 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,6 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.